Ein Mann läuft mit einem Blindenhund an eine Haltestelle. Mit Sehbehinderung in Bus und Bahn? Ja, sicher! Unser Anliegen? Mobilität für alle! Für Menschen mit Sehbehinderung ist der öffentliche Nahverkehr eine wichtige Komponente für ein mobiles Leben. Unser Service? An vielen Haltestellen befinden sich taktile Bodenindikatoren. Sie leiten an den Haltestellen zu akustischen Ansagen und zu den Ein- und Ausstiegsflächen. Mann mit Blindenstock steigt in Bahn. Folgende Bilder werden gezeigt. Automatische Türen, Flächenlautsprecher und deutlich sichtbare Leitmarkierungen in der Bahn. Besondere Sitzplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität sind wichtige Hilfen. Unser Kundenservice unterstützt gerne mit einem kostenlosen Begleitservice beim Umsteigen an der Zentralhaltestelle. Einblendung des Weblinks cvag.de Unser Ziel? Alle Halterstellen mit fühlbaren Bodenindikatoren für eine bessere Orientierung ausbauen und vorhandene Barrieren weiter abbauen. Einblendung des Slogans. Barrierefrei dabei! Ja sicher! Einblendung der Logos von Chemnitzer Verkehrs AG Stadt Chemnitz und Sachsen.